Hallihallo schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein vorgezogenes Weihnachtsvideo, weil wir haben jetzt zwei Sachen. Einmal wollen wir euch vorweg schon mal schöne Weihnachten wünschen und diesen ganzen Zirkus. Viel Spaß mit eurer Family. Lasst euch da nicht verarschen vom Weihnachtsmann. Und der Ako hat heute Geburtstag, weil auch eine tolle erfreuliche Nachricht. Jetzt muss man rumgehen, obwohl die Entree extra diese perfekte Position jetzt rausgesucht hat und jetzt wird der ganze Position ins Bumster. Ey, bleib stehen. Ako. Also machen wir es so rum. Uiuiui. Ako, der sich jetzt ein bisschen versteckt, komischerweise, hat Geburtstag. Und falls wir es nicht mehr schaffen sollten für das kommende Jahr oder in das kommende Jahr wünschen wir euch einen guten Rutsch. Ja, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die freien Tage. Ja, macht das, was euch gefällt. Geht euren Hobbys nach. Geht mit den Hundis raus. Genießt das schöne Wetter, solange es noch da ist. Blablabla und blubblubblub. Und du hast dann gar nicht gesagt, wie alt der Ako geworden ist. Der Ako ist 14 Jahre heute geworden. Das ist unser Senior zur Zeit im Rudel. Also unser Alterssach. Sagen wir immer ganz liebevoll zum Ako. Oh, der alt ist Schaf, weil er immer so filztruppiges Fell hat. So, weil wir es gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Macht's gut, bis später und ciao. 2 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 8 9 8